Ich bin für Musik heute, war's Lars von Trier für die Cineasten Hattest du dir vom Teufel per Apostille besiegeln lassen? Leid dich in dein Dorf, eine dominanter Walküren-Staffel Hiss der ortsvorstehende Monsignore, die Kirchenflagge Mein Name steht nicht für parodistische Teenie-Schwachsächt Nicht für triviales One-Hit-Wonder-Hit-Fabrik in Plastik Vor ein paar omnivorischer Menschen-Zug Trauer und Rezession sind vorbei Die Gondel tragen schon Depressionen Von der Idee, lieber die Produktion zum Marketing Meine Kunst versprüht den Charme eines Arthouse-Films Mein Final Cut hat ekelige Schnittsequenzen Und ich deshalb mit Publishern kreative Differenzen Doch ich seh weit und breit keinen, der mich beerben könnte Ich glaub, ich dreh noch ein weiteres kleines Ehrenründchen aus dem Grammophon Und die Sturmflaute endet mit nem neuen Kassenschlager einer Blumenhaus-Legende